Made in Germany sind die branchenübergreifenden Systemlösungen von Bloom-Systeme für die Automatisierung und Identifikation. Der Kennzeichnungsanbieter gehört zur weltweit agierenden Bloom-Weber-Gruppe mit Hauptsitz in Rhein-Breitbach. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt, konstruiert und fertigt Bloom-Beschriftungs- und Etikettiersysteme wie Tintenstrahldrucker, Lasermarkierer, Etikettendruckspender und Etikettieranlagen. Unsere MakroPrint-Drucksysteme sind für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanforderungen entwickelt. Seiko, unser Technologiepartner für die Performance-Piezo-Produktlinie, stellt uns die neueste Piezo-Technologie mit Tintenrezirkulation zur Verfügung. Eine große Vielfalt an industriellen Tinten kann verarbeitet werden. Der Drucker MakroPrint Integra PP108 mit integriertem Druckkopf von Seiko kann mit verschiedensten Tinten verwendet werden. Das robuste Gerät verfügt über ein rezirkulierendes Tintensystem, das für gleichbleibend sehr gute Druckqualität sorgt. Er bringt Informationen mit 150 m pro Minute bei 360 dpi überdurchschnittlich schnell auf saugfähige Oberflächen auf. Dabei sind blitzschnelle Textwechsel mit mehr als 50 variablen Daten pro Sekunde möglich. Der Druckkopf ist unempfindlich gegen Erschütterung und kann daher auch in rauer Produktionsumgebung wie der Holzindustrie eingesetzt werden. Schrifthöhen von bis zu 108 mm ermöglichen zudem den in dieser Branche oftmals erforderlichen Großschriftdruck. Mit seiner hohen Auflösung von bis zu 360 x 1440 dpi erzielt der Integra PP108 sehr gute Druckergebnisse. Die von Seiko zertifizierten Tinten eignen sich ideal für Kennzeichnungsaufgaben aller Art. Auch die der Lebensmittelindustrie, da keine gesundheitsschädlichen Stoffe durch die Verpackung migrieren. Auch nicht saugfähige Oberflächen lassen sich unter Verwendung von UV-Tinte zuverlässig mit dem PP108 bedrucken. Diese Tinte härtet unter UV-Licht innerhalb von Millisekunden aus und liefert so ein abriebfestes Druckergebnis. Zum Beispiel auf lackierten Oberflächen. Einzigartig ist der Bicolor-Druckkopf, der zwei verschiedene Tintenfarben gleichzeitig verwenden kann. Er ermöglicht zum Beispiel zweifarbige GHS-Kennzeichnungen in schwarz und rot mit nur einem Gerät. Weitere verfügbare Farben sind grün und blau. Entwicklung, Herstellung, Integration made in Germany. Schildern Sie uns gerne Ihre Anwendung, damit wir auch bei Ihnen sagen können, we make it work.